Der Bruder sagt, wenn man die Vergesslichkeitsniederwerfung auch vergessen hat und die ist ja dazu da, dass man das Gebet zum Schluss korrigiert. Na, es gibt unterschiedliche Ansichten der Gelehrten. Manche sagen, du brauchst dann gar nichts mehr machen, weil wenn du auch das vergisst, dann wir können nur du ab für dich machen.